Tolle Römerleben, Freunde, was geht? Willkommen zurück zu Let's Play Deadpool. Hä? Von wo kamen wir? Von hier? Hier kommt ein Gegner. Okay, nimm die Gun halt mit nach Hause. Ist okay. War das ein One-Hit? Das war ein One-Hit. Loll, ist mein Sound laut, Alter. Jetzt ist er zu leise. Meine Effekte sind einfach zu laut. Och Mann, ey. Ach Mann, ey. Okay, hier ist nichts mehr. Auch nicht. Ja, auch nicht. Oh, hier. Ja, gut. Nichts, was wir gebrauchen können. Toll. So. Oh, jetzt ist mein Sound zu leise. Ich krieg' nen Föhn, ey. Ich krieg' nen Föhn. Jo, jetzt ist er wieder... Ach, egal. Ich lass ihn jetzt so laut. Ich lass ihn jetzt so. Wenn das echt verdammt laut ist. Oh, Leute. Ich hab doch grad gar nicht B gedrückt. Warum ist er auf einmal zu dem da gesprungen? Oh, nee. Zu laut? Ich würd' heute noch, Leute. Würd' heute noch. Das Problem ist halt, wenn es jetzt zu laut ist. Dann, äh, rede ich lauter. Und das ist grad'n bisschen problematisch, weil... Oh, oh, oh. Ähm. Ist. Drei Uhr nachts ist. Wenn ich zu laut rede, dann werden meine Eltern wach. Und das will ich nicht. Weil, ja. Wäre halt nicht gut. Sonst sagen die sie wieder... Also, muss ich nämlich wieder an. So. Ähm. Oh, lol. Okay. Da. Hab ich den nicht grad... Ich hab den grad getötet, ne? One-Hit. Nice. Sehr geil. Ähm. Baaaaaah. Hey, da ist Road. Okay, so müssen wir unsere Arten durch diesen... ...dennischen... ...dennischen... ...dann auch. ...dann auch. Any ideas? Think, think, think. Wait. Do that again. Do what? That. Oh. We could use our bubbles... ...to jump across. Haha. Well, isn't that handy? Really? Dau' sind deadpool-punkte. Ist das echt euer Ernst? Äh Echt jetzt? Okay Hätte ich es auch trotzdem darüber geschafft? Ich weiß es nicht Das ist auch mit den Blasen, meine ich jetzt Mit den Sprechblasen da Oder war das so gewollt, dass man das nicht schafft Muss ich jetzt da hoch oder ich gehe da runter Ich glaube hier geht es Ne, hier wird es nicht weiter gehen Gut Oder? Oder? Ich will nicht, dass es hier weiter geht Es geht hier weiter Ach shit Okay, das war bad Nice Äh Oh Okay, ich kann nicht mehr zurück Manu Not even close Hiya Wieso habe ich das falsche Schwert Ich hatte die falsche Waffe Als ob ich den nicht gekillt habe Nein Okay Okay Ihhh Irr Komm Kom Nice Habe ich Komm Nice Nice! Komm schon! Komm schon! Danke! Oh Gott, oh Gott! Äh, oh shit! Oh lol! Dass das geworkt hat, ist ein bisschen... Lol, ja, GG! Näh! Okay! Hör ich da wieder ne Party? Näh! Mäh! Hallo! Kann ich mal meine Shotgun haben? Nice! Bom! 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 Oh Gott! Ja, den mach ich gleich! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Der sich da echt grad versteckt! Hinter Luft! Oh lol! Oh lol! Hey Freundchen! Bin ich nicht okay von dir? Lalalalalalalala! Andere Waffe bitte! Nice! Danke! Danke! Äh! Boah! Hu! Warum hab ich jetzt grad ne Granate geworfen? Ich glaub ich brauch die Waffe nicht mehr! Gleich werd ich's bereuen, ich wette es! Ach ja, klar! Boah! Nein! Falsch! So! Oh Gott! Okay! Hu! Hu! Okay! Aua! Was sind das denn für Gegner? Ohne Witz! Was sind das denn für Gegner? Die sind ein wenig... Komisch muss ich zugeben! Ja, minimal komisch! Okay, das war dumm! Oh Gott! Yes! Weiter hüpfen! Weiter! Weiter! Ja, nicht so weit! Ich bin das erste Mal gestorben, oder? Oh lol! Shit! Okay, ähm... Okay, ähm... Hup! Okay, nice! Hup! Nein! Hup! Ja! Hu! Ich glaub ich bin grad echt das erste Mal gestorben! Ach kacke! Wieso bin ich jetzt hier runtergefallen? Das geht nicht! Hopp, hopp! 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 Ich weiß gar nicht, ob ich mich die ganze Zeit hört, shit! Und dann? Ich hab echt das Gefühl hab, ich bin die ganze Zeit irgendwie zu weit weg vom Mikro! So, jetzt aber! Hopp, hopp! Hopp, hopp! Danke! Ne Kiste? Och, nicht echt jetzt! Das ist großartig! Äh... Glückwunsch! Du hast NICHT erhalten! Glückwunsch! Ich küsste mal leer, aber das macht keinen Spaß! Aus Mitleid haben wir deine Dedeportationsfähigkeit verbessert, um dich zu weit entfernten Orten zu deportieren. Warum? Wen interessiert's? Viel Spaß! Äh... Äh... Ach lol! Als ob ich das jetzt wirklich kann! Okay, das ist cool! Äh... Ach lol! Alter, das ist richtig nice! Und wie wird's? Ist das voll die gute Idee? Nice! Finde ich gut! Finde ich sehr gut! Akzeptier ich so! Äh... Okay! Alfa angreifen! Alfa angreifen! Okay! Muss ich da runter? Ey! Was kämpft ihr mit mir auf so einer kleinen Plattform? Ach Mensch! Hallo! Okay! Tschüss! Hallo! Tschüss! Hallo! Tschüss! Bam! Bam! Auch nie! Lol! Ich liebe diese Shotgun! Ich hab da gesehen, dass da noch ein Gegner war, ja? Okay! Nein, das tut dir mehr viel als mir! Glaub mir! Oh! Ouh! Ah! Das musst du weh tun! Oh! Das muss so weh tun! Oh ne Witz! Das musst du weh tun! Hallo! 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 Komm schon. Yes. Warte, ich habe den Knopf gedrückt erst, ey. Eieiei. Ich bin beinahe schiefgelaufen. Oh, hallo. Bam. Boom. Yeah. Wo muss ich hin? Hier hin. Achso, okay. Ich bin hier richtig. Ich wollte gerade sagen, scheiße, jetzt springe ich raus. Nein, ich will da noch nicht hoch. Ich habe da hinten Punkte entdeckt. Jetzt will ich gleich erstmal, glaube ich, upgraden, ja. Das kostet 200.000. Hier kostet es. Aber das brauche ich alles nicht. So, hier denn so. Oh. Ja, ich spiele damit ja eh kaum, ne? Also an sich. Ich glaube, ich nehme die Schrott. Feuerrate oder Damage? Feuerrate, komm. Und dann nehme ich hier noch. Äh, B, Y. Stech, stech. Momentumangriff. Achso. Y, Y für Kombo. Neue Niederschläge. Gegner betäuben. Oder mehr bluten lassen. Lass nochmal mehr bluten. Was haben wir noch so? Ach, das könnte ich auch noch machen, ne? Hier müssen wir Schaden machen. 35.000 kostet das. 50.000. Was ist gerade das? 15.000. Ja gut. 15.000 hätte ich noch. Mehr habe ich auch nicht, ne? Ja, ne. Dann nehme ich das hier noch dazu. Ja, gut. Das war's. Äh, wo kann ich denn bitte hoch? Da kann ich hoch. Zack. 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 Ich muss da hoch, oder wie? Hä? Muss ich da hin? Nee, ich konnte da oben irgendwo, musste ich mich hochbauten. Da kam auf jeden Fall eben so ein Button. Hä? Nee, darunter will ich ja nicht wieder. Ach da. Ja gut. Okay. Ja, ich weiß, dass du diese Patronen brauchst. Sammle die auch immer schön ein. Aber es gibt viel zu wenig Schrotflintenpatronen. Und die? Und die? Oh. Oh. FYI, für all you nerds out there getting all puffy over the fact that Rogue in the comics currently does not have the power to fly. Well, you can officially move out of your parents' basement, get a job and a life, and maybe, 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 just maybe you'll kiss a real girl. Yeah! She flies in our game! Das kommt mir hier gerade so ein bisschen so vor, als ob gleich irgendwas Schlimmes passiert. Sollte sie vielleicht das saven, ne? Juhu! Juhu! Okay. Oh! Hey, Player! You coming or what? Ja. Move that camera and find me! Oh, lol. Was? Äh, wo soll ich die denn hinlegen? Da hinten wahrscheinlich? Irgendwo hier? Äh. Dein Ernst, ey! Deadpool, Mensch! Wie jumpst du denn hin? Ich will eigentlich da reinjumpen. Okay, ich lass es. Ich versuch die Punkte nicht einzusammeln. Ist mir zu gefährlich. Zack. Äh? Ach, da! Hach! Hup! Hup! Ooh, that did some damage. I surrender. Äh, 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 äh. Okay, was der good? Let's keep off. Ach geil ey Ach war der cool Ohne Witz, der war echt geil Meine Nase läuft Shit Oh Leute Ha Und eigentlich sagst du mich nicht, nein da sind Punkte Ach egal Wo soll ich denn jetzt diese Bomben planten alter Ach da Oh Gott, oh Gott Okay Und jetzt Da Okay Hop, hop Nice Das hätte ich auch, okay Und nächste Bombe Hat er gar gesagt, ich frag nicht, nein ich frag, nein, nein Nope Ich nehm das so hin Yes Yes Ah 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 Hallo Brast Das ist mir gerade Der Moment eingefallen, als ich die Schusswaffe gezogen habe Ich würde gerne wissen Was die Hammer machen Shit Ich dachte, der rennt weiter Manu Komm, Hammer, Hammer, Hammer Ah 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 Yes 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 Nein, nein, nein Okay Okay, gut Ah Gross Das ist Das sind zwei Nein Er kommt hier hin Er kommt hier hin Statt 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 Und Die, 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 hier war doch einer. Der geht gerade da hinten lang. Ja. Komm ich da rüber? Nein, komm ich nicht. Komm, 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 schnell, schnell. Okay, ich darf nicht vorher... Ups, dann drücken. Scheiße, stimmt. Ich mach da ja... Mann. Okay, ganz leise. Okay, jetzt bin ich aber langsam ein bisschen... Bäh. Ganz leise. Ja, ich bin leise. Ist er leise, leise, leise? Er hat mich nicht gesehen. Als ob er mich nicht gesehen hat. Als ob er mich nie gesehen hat. Wir warten. Muss ich hier warten? Einfach nur hier warten. Bis der Typ hier gleich langkommt. Und dann... Umschnetzeln. Boop. Es ist ein bisschen laut, wenn du die ganze Zeit das Messer da reinsteckst. Warte. Das klang falsch, oder? Oh, oh. Jetzt geht er wieder runter, ne? Ich will nicht. Geht er wieder runter? Ne, er geht nach da. Nach da oben rechts. Dann wieder nach... Und dann nach links. So. Erstmal hier hin. So, genau. Jetzt durch. Und genau. Sieht mich ja eigentlich nicht, wenn ich hier unten bin, ne? Dürft ihr mich nicht sehen. Tut auch nicht. Das hat Sinn uns da natürlich nicht gehört. Ja. In den Arsch. Pose für die Kamera, Mr. Silly.